Ja hallo Da ist der Dude In meinem Stream habe ich den ja etwas Nicht gewollt gemacht Und jetzt werde ich versuchen ihn richtig zu besiegen Und wahrscheinlich dabei sterben Weil ich überhaupt kein richtiges Setup habe Wo kommen eigentlich die Laserstrahlen her Warum habe ich den so aggressiv in Erinnerung Okay So viel dazu So jetzt habe ich den Boss richtig gemacht Gern geschehen Tschüss Okay